Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK Sprechstunde. Das Thema ist Demenz und es ist gelungen Frau Professor Stoppe, Neurologin und Psychiaterin aus Basel und Spezialistin für Gerontopsychiatrie als Expertin zu gewinnen und die Frage ist Ursachen und Heilung von Demenz oder Vergesslichkeit. Ab welchem Stadium von Vergesslichkeit sollte man sich um ärztlichen Rat bemühen? Es hat sich viel verändert in der Form, dass ich sage mal, als ich vor 30 Jahren mit Gedächtnis, mit der Demenz anfing, mich zu beschäftigen, da kamen erst Schwerdemente in die Gedächtnissprechstunden und da hat sich viel verändert. Es gehen jetzt die Leute schon früher, auch weil sie wissen wollen, was auf sie zukommt, auch weil sie wissen wollen, das ist ja heute sehr wichtig, dass man zum Beispiel Patientenverfügungen macht. Und in dem frühen Stadion kann man das durchaus noch und kann auch noch Auto fahren, aber es ist eben wichtig, wo der Feind steht. Was sind die häufigsten Ursachen einer demenziellen Entwicklung, einer Demenz oder Alzheimer'schen Erkrankung? Der Motor ist, dass die Demenz immer häufiger wird, ist auch die Lebenserwartung. Also solange die Lebenserwartung steigt, haben wir auch immer mehr Demenzkranke. Und in Bevölkerungen, wo die Lebenserwartung nicht so steigt, ist das nicht so relevant. Also da, wo immer noch die Kindersterblichkeit, die Leute früh sterben. Aber das ist in wenigen Gesellschaften der Welt, also auch in China und in Indien, ist jetzt die Demenz zunehmend ein Problem. Und das sind ja Riesenländer mit viel Bevölkerung. Gibt es auch jüngere Betroffene oder ist das alleine eine Erkrankung der Älteren? Ja, können, können. Im Rahmen verschiedenster Erkrankungen, auch mal durchaus im Rahmen familiär- genetischer Alzheimer-Formen. Das sind aber, das sind seltene Formen. Also da gibt es Familienstammbäume, wo jeder betroffen ist. Das ist zu viel jetzt für diese Sendung. Aber es kann durchaus mal sein, dass jemand mit 40 auch schon eine Demenz bekommt. Kann eine Demenz zum Beispiel durch eine Durchblutungsstörung ausgelöst werden? Und kann sie behandelt werden, wenn man diese Durchblutungsstörung behandelt? Das hängt sehr davon ab, wie bleibend die Durchblutungsstörung auch ist. Also wenn sich die Person von der Durchblutungsstörung oder von den mehreren Durchblutungsstörungen erholt und relativ gut erholen kann und man dann verhindern kann, dass noch weitere dazukommen und die Person noch, ich sag mal so, auch noch es schafft, vielleicht noch zu trainieren und viel zu machen, dann kann man durchaus Verbesserungen erreichen. Auch eine Stabilisierung im Längsschnitt. Aber wenn zum Beispiel ein großer Schlaganfall war und danach sich eine Demenz entwickelt, dann muss man sagen, sind die Möglichkeiten begrenzt. Können Medikamente auch Auslöser einer Demenz sein? Und es gibt ja heute eine Vielzahl von Medikamenten, die auch zentral nervös wirken. Also es gibt immer mal wieder, dass Demenzerkrankungen durch Medikamente und vor allen Dingen das, was Sie ansprechen, die Polypharmazie auch ausgelöst werden. Da ist es dann auch wichtig, zunächst mal die Zusammenhänge zu überprüfen und die Medikamente umzustellen und auch zu schauen, was ist wirklich nötig. Also in dem Sinne mal aufzuräumen bei den Medikamenten. Es gibt aber auch Medikamente, die man zur Behandlung der Demenz einsetzen kann und die dann doch den Demenzverlauf günstig beeinflussen können. Die schlagen individuell unterschiedlich gut an. Aber da sehe ich immer wieder auch deutliche Besserungen und auch, dass diese Besserungen über längere Zeiträume auch konserviert werden können. Das heißt, dass die Demenz fast nicht mehr fortschreitet. Und das bedeutet ja gerade dann, wenn wir früh mit der Behandlung beginnen, dann bedeutet das, dass wir durchaus noch viele Jahre Lebensqualität ermöglichen können. Und das wird immer wieder, manchmal wird das so klein geredet. Aber das ist, also wenn ich die Betroffenen sehe und die, wenn sie die mal fragen würden, dann würden sie sagen, das ist gut. Ist es wahr, dass durch erhöhten Alkoholkonsum Gehirnzellen absterben können und man dadurch dement wird? Das ist so. Alkohol ist neurotoxisch, wie wir sagen, und zerstört beziehungsweise schädigt Hirnzellen. Das kann zu verschiedenen Formen des typischen Hirnfolgen oder Hirnkrankheitsfolgen führen. Also da gibt es nicht nur Demenzen, sondern auch zum Beispiel Korsakoff-Syndrome und anderes. Was allerdings spannend ist, ist, dass bei Alkoholikern, wenn sie aufhören zu trinken, also einen Entzug mitmachen, dass sich dann zum Teil die Funktionen auch wieder erholen. Also das heißt, oder wenn man B-Vitamine gibt und andere Sachen gibt, dass es da auch ein gewisses Erholungspotenzial gibt. Es hat also, da ist es da auch wichtig, wann, wann macht man das? Wie schnell greift man ein? Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie zugesehen haben. Vielen Dank, Frau Prof. Stoppe, dass Sie uns so informiert haben. Man kann uns nur wünschen, bleiben wir alle gesund. Vielen Dank.